hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu wwe2k16 ja es geht wieder weiter und liebe freunde es gab sogar ein update aber das kann uns gleich mein gegner erzählen und zwar der onkel gamashake pia hallo schön ja update 1.03 ist raus so habe ich euch jetzt erzählt also es wurde leider 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 an dem delay problem hier im online modus nicht geschraubt das finde ich sehr sehr schade der rest ist einfach nur dass man jetzt eben man kann jetzt auch ki gegner mit einfügen hier in dieses wunderschöne online gedöns und man kann jetzt title über das title machen und alles so gedöns was ja was alles ja und konter wurden gleich verbessert auch und die ausdauerzeit es wurde auch viel am gameplay so also ist beim aufgabegriffen tut sich jetzt das stamina wieder auf tut sich das stamina auffüllen die blieb wohl stehen habe ich gar nicht so darauf geachtet habe ich gesagt da bin ich mal gespannt jetzt weil wir haben ja noch nicht gekämpft mit dem neuen patch ob jetzt irgendwas anders ist das werden wir jetzt gleich herausfinden ich drücke mal vier heck jetzt geht die scheiß suche los ja wir haben nur noch so wenig das ist glaube ich ja ich habe jetzt einen den du noch nicht hattest aber den habe ich jetzt gewählt hat das bringt uns aber gar nichts aha 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 ich drücke jetzt erstmal zwei stunden das ist halt so was man mit leben die leute wissen schon die klicken dann schon weiter wenn sie sich gucken wollen ah ich habe einen alles klar und hast jetzt auf jeden fall ich habe einen gefunden ja aber ich schreibe jetzt gerade noch in den listen so wo ich sehe gerade ich habe überhaupt gar keinen stift das macht nicht mein kind hat mir den stift geklaut ja so ist das ne die brauchen halt alles ne oma stifte ja dann würde ich sagen ja zehn mal runter ach der onkel der rennt jetzt erstmal weg und sucht seinen stift damit er noch ein bildchen malen kann nebenbei oder auch zwei bildchen ich male keine bildchen ich habe das ja alles unter kontrolle und versucht dass sie zusammen sein kontrol sonst wissen wir dann in der nächsten dinge überhaupt nummer wer ist wohl bei stifteln sorry komm erzähl doch mal unserem publikum was du für ein spacko bist du kleiner drecks okay lieber mal deinen malstift holen ja da müssen wir jetzt leider warten ein bisschen weil der onkel leider sein stiftchen sucht mei oh mei macht nichts und danach geht es dann ab ich hoffe ich verliere den kämpfern hier der gefällt mir richtig gut und das muss ich jetzt mal wieder reinkommen ich weiß ich habe jetzt in letzter zeit schon ein bisschen öfters mal gewonnen aber wir haben jetzt auch wieder länger nicht gezockt mal gucken wieder dann wieder aussieht hier ne mit den kontern ja was habe ich noch gelesen genau dass man halt viele kleinigkeiten halt haben die verbessert jetzt im patch dann halt dass noch mehr kis reinkommen dass man im aufgabegriff ja dass man sich da mehr heilt und ich glaube auch so bei irgendwelchen aktion mal gucken ob man wenn man jetzt liegt ob das dann auch schneller geht mit dem konter ich bin gespannt onkel bist du da da ja aber ich muss ich liebe zuschauer auch noch einen ganz wichtigen rat mit auf dem weg geben geben wenn ihr let's playt vorbereitung ist alles ja das stimmt ja gut dann würde ich sagen zieh runter wir machen zeigen tun und zwar drei zwei eins zeig mal du kriegst aufs maul das sage ich dir aber den werde ich nicht verlieren den will ich nicht verlieren dann habe ich die komplett ich habe ja den setz nee habe ich verloren oder habe ich den woher weiß ich gar nicht ich weiß dass er verloren dann habe ich den woman habe ich auch verloren ne ja dann würde ich wenigstens den mitnehmen das ganze schild habe ich den muss ich sagen finde ich den muss ich sagen finde ich auch den coolsten den ambrose der ist der hat was ja mit seinem kleinen unterhemd der habe ich letztens erst noch feiten gesehen gegen den kevin owens ja war lustig wie das die feiten sehen mhm ja fernse ich mal ja die ähm summer series war das oder weiß gar nicht schauen wir mal was der für griffe so haben was die jetzt neu gebaut haben okay das sieht ja alles noch wie immer aus na du hast schon wieder gefunden naja das ist geil gemacht er mit dem ja scheiße doch hat noch geklappt bei mir ne ne du nicht meine fresse man dass du das auch so schnell immer findest ich drücke ja auch weißt du schönes ding schönes ding na gut dann geht es jetzt los dann schauen wir doch mal dann schauen wir doch mal was dann gucken wir mal okay okay bis jetzt hat das schon wieder raus hier mit den cover lava war 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 warum machst du das das war daneben ich bin da ich hab doch x gedaukt durch schwein mensch ach die haben das rausgemacht wenn du einen auf zu rennst ne mit x dass man den dann rüber wirft du musst jetzt er drücken was soll ich mein ne du konntest doch mit x drücken da kannst du doch immer so werfen wenn einer gerannt glaube ja das ist weg da haben jetzt er zwei muss jetzt drücken wenn du dann auf mich zuläufst siehst du da muss ich mit r2 machen nicht mehr mit x das ist jetzt neu ist ja übel echt übel und die haben das die leite doch verbessert ja leider die haben das die leite verbessert ja geil ja 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 ich hab kein noch kein kontern habe ich scheiße na mit dem ausstehen hätten sie noch ein bisschen verbessern können aua ja es ist wieder so viel neu jetzt muss ich erstmal wieder gucken hier doch gar nichts mit nacht ist doch quatsch doch bildest du dir ein alter was war das denn ja ja so liebe boh ouch todes move war das und schön bom 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 bam schön schön gott sei dank so jetzt erstmal hier aber irgendwie ist das spiel langsamer geworden kann das sein langsamer meinst du weiß nicht irgendwie kommt mir das so vor als ganz langsamer das ist auf jeden fall anders also die steuerung ist wieder komplett neues game hier ja herzlich willkommen zu wwe2k16 hehehehe und heute im neuen modus hehehehe anders ist jetzt auch nicht aber doch ich finde das ist komplett anders na gut rauswerfen klappt noch mhm oh du bist so blöd du sollst da raus mann mhm ah jetzt geht er jetzt geht er ach jo was springt er denn hin ey so ein Idiot oh man ey und ein move oder hoffentlich klappt der bitte 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 oh gott sei dank ja gut schaden ist auch da aber du hast du hast so viel konter schon wieder mhm okay muss halt nur einsetzen können ja na Ausdauer ist auch ganz gut bei mir eigentlich muss ich mal gucken schön ha was war das zählt dazu okay alles klar oh du hast schon Finisher du kleiner Sack also ein Signature echt krasse krasse Sache krass das war jetzt durch diesen das war jetzt durch diesen rauskommen von Pin achso stimmt die geben ja ähm Power ne okay nein bau schönes Ding schönes Ding so jetzt muss ich ganz schnell handeln und zwar muss ich jetzt das hier machen so genau oh meiner ist schon wieder bewusstlos hä scheiße wie hat der denn sein scheiß äh Signature weißt du das äh wenn du liegst oder was du ist mal in der Ecke in der Ecke ist der oder muss ich dich in die Ecke stellen toll ich weiß den Finisher nicht äh den Signature nicht von dem ah man das ist kacke gibt's da nicht äh ne ne he oa da tut doch weh sowas so einmal drauf nicht muss ich echt mal herausfinden wo das ist also das würde mich schon interessieren wo ich den machen kann den Signature weißt du auch nicht ne also außer in der Ecke also muss ich dann in der Ecke stehen hm gar nicht drauf geachtet was der im was der im Wrestling da macht für ein Move das weiß ich gar nicht gerade so das hab ich jetzt überhaupt nicht äh irgendwie bedacht alles klar keine Fragen mehr oh auf dem Ding okay das ist schon mal okay ähm so einmal bitte dagegen okay nein kabom so so nein takong taklong takoklaklong du musst mich greifen ohne Richtungstaste X mach ja hab ich ja hab ich und dann R2 und L2 gleich ach so ah die beiden waren das ja ich hab die ganze Zeit überlegt ja was war denn das für ein Ding nochmal zu spät was ist das denn ich hab doch hm ah schön mein Finish äh was ist das denn äh das war gerade irgendwie ein Bug Mann mein schöner Finisher ey der hat geklappt und das ist doch kacke wieder Leute ihr habt scheiße gemacht mit eurem Patch da da ist ja Quatsch da gebe ich mir so viel Mühe dich da hinzulegen und dann ach komm ich hab doch wohl den Tisch abgeräumt die Arbeit hab ich auch wohl gemacht hä die Arbeit hab ich mir ja wohl gemacht naja jetzt weiß ich will es wieder wie das geht aber ach so den Tisch abzureißen ja oh ja Schade aber schön war es ja schön war es gewesen ach jetzt macht er das geh weg geh weg geh weg aber wir sind ja beide so gut ey wir sind echt die Vollprofis ey Am geilsten war immer noch, wo du bist Wo du mit deinem Salto gesprungen bist Vor dem Tisch, wo ich drauf lag Der Part war heimlich geil War das schön Er springt Und Landet genau Davor Okay, ich muss mich erstmal ein bisschen erholen hier Mein kleiner Freund ist ein bisschen halbbewusstlos Aha Aua, jetzt rastet er gleich voll aus Hier, der Junge Komm, komm Komm, komm Ja, du Wichser Ja Nein, 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 nein Oh, fuck Ah, da kann man sogar kibbern bei, okay Dann muss ich sofort machen Und jetzt Eins, zwei Ach, scheiße, wär das, Mann Aber geil gemacht, ey Ihr macht's da hinten Ich block ihn Dann kommt der Oh, geil Aber ich kann dich auch während des Dings kabbern Okay, da muss ich mal drauf achten Oh, du Kleiner Lümmel, du Ah Ja Ja Schönes Ding Erstmal schön festgehalten Den Kleinen So, jetzt machen wir erstmal drauf Ja, bumm Ah, du hast ja schon wieder Dein S S for Secret Schön So, jetzt muss ich mal gucken Bisschen Ausdauer Ich hab nämlich kaum eine Ausdauer Für Moves Ich hab, Alter Er kriegt aber wenig Prozente Muss ich sagen Oh, scheiße Hö Eins Zwei Ganz knapp Ganz knapp Was machst du jetzt? Winken Ach, komm, den Steh doch mal auf, da Das war ein geiles Geiles Counter Vor allem hab ich dafür nicht R2 gedrückt Das war cool Das hat mir jetzt gefallen Ja, ich hab noch gar nicht alle durch Ah, er kommt raus Okay Aua Schwein Tritt mich Ja, geil Oh, jetzt ist er wieder dran Jetzt ist er dran Jetzt kriegst du einen auf die Lümmel, du Kabäm So, jetzt muss ich echt mal gucken Wie krieg ich jetzt Ah, da Da stand's grad Oh, ne Was ist denn Ja, jetzt Oh, Gott sei Dank Ach, das ist ein Aufgabegriff, ne Oh, geil Ein Aufgabegriff Den Onkel erstmal ein bisschen angreifen hier Hallo Komm her, Onkel Ist gleich vorbei Ach, scheiße Ist rausgekommen Geil, ey Finisher Ja Ja Ey, du sollst Covern dabei Ach, macht der Macht der Geil, geil Eins Zwei Ja, ja Huhu Dean Ich hab ihn geschafft Ja Mann Geiles Match Geiles Match, Leute Geiles Match Hat mir Spaß gemacht Oh Geil Ja Dean Ambrose Jo Das War gut, oder Also Steuerung ist schon einiges anders Also Schlicht Schlicht Ja, genauer Genau Und Delay ist auch weg Naja, nicht weg Aber es ist nicht mehr so krass vorhanden Ja, was soll ich sagen, liebe Freund Ich bin ja dran und da würde ich sagen Möchtest du noch was sagen, Onkel? Scheiße Scheiß Ja, macht nichts Beim nächsten Mal Mal gucken, was ich hab ja noch So viele gute hab ich gar nicht mehr, muss ich sagen Schauen wir mal Ansonsten, liebe Freunde Schaut da auf jeden Fall mal bei Onkel GamerCheck LP vorbei Weiterhin noch andere Let's Plays Klickt drauf Und bei mir auch Rivano LP Und abonnieren bitte nicht vergessen Weil dann könnt ihr das schön verfolgen hier Da kommen noch einige geile Matches Und bis dann Würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Bis morgen Euer Rivano, euer Onkel Ciao Tschüss 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 Tschüss